Markus, wie geht's dir? Gut, einwandfrei, super. Was machst du hier? Springen. Springen, ja. Aus dem Flugzeug, ja. Aus dem Flugzeug, ja. Schauen wir mal. Oder geht's? Nein, es geht noch bis jetzt. Ich denke, wenn das Flugzeug abhebt, dann wird's wohl mal so richtig losgehen. Mit wem springst du denn? Oh, mit der Fanta. Und mit der Ritz. Nicht mit mir? Und mit dir, mit C halt auch, ja. Okay. Dann bin ich aber ruhig. Super. Wir machen uns gleich ein Flugzeug. Ja. Alles klar. Okay, bis gleich. So, Markus. Yeah. Gehen wir springen? Wir gehen springen. Guck mal, da raus. Geiles Flugzeug. Auf geht's. Ja. Ja. Wie hab ich Hände, wenn wir raus sind? Ja. 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 sustainable. Alles gut. Gehen wir auf die Hände und ich bin hier in der Höhe. So, 1.000 Meter. 3.000 kommt noch. Dann gehen wir nach oben. Auf dem Stil. Auf dem Stil. Du brauchst noch die Aufsetzer. Auf dem Stil. Ja. 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 Geil. Geil. Ja. Super. Ja. Super. Ja. Ja. Musik 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 Alles gut Musik 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 Ja genau, bis wir gelandet sind. Ja! Klasse! So. Das war jetzt von der Firmen hier. Vorsicht! Hey! Super! Vielen Dank! War geil! Super! Klasse! Absolut geil! Tschüss! Tschüss! Tschüss!